Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hatte diese Pläne ursprünglich abgelehnt. Sie lenkte aber ein, nachdem Italien und Spanien ihre Zustimmung zum Wachstumsprogramm davon abhängig gemacht hatten. Kurz vor dem Morgengrauen war es erst mal vorbei und der Kanzlerin, von den Verhandlungen stärker gezeichnet als sonst, lag vor allem daran, die gerade getroffenen Entscheidungen mit ihrer Bewertung zu versehen. Ich wollte nur sagen, wir haben eine gute Entscheidung heute getroffen. Zumindest war es eine überraschende, denn sie enthält einige Elemente, die die deutsche Regierung noch unmittelbar vor dem Gipfel abgelehnt hatte. Das gilt noch nicht für das Wachstumspaket von 120 Milliarden Euro, wohl aber für die Hilfen aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, der der Eurozone künftig als Rettungsschirm dienen soll. Er soll wackeligen Banken künftig auch direkt helfen und wird so zum Miteigentümer dieser Banken. Und seine Hilfen für Krisenstaaten sollen nicht mehr wie bisher an die Erfüllung besonderer Auflagen geknüpft werden. Vor allem Italiens Premier Mario Monti hatte dafür gekämpft, dass die Hürden für Hilfszahlungen deutlich gesenkt werden. Das ist also nicht die Art von Reformprogramm, die Griechenland, Irland oder Portugal erfüllen müssen. Stattdessen gelten nur noch Pflichten, die in den Bestimmungen für die Eurozone oder in Empfehlungen der Kommission ohnehin enthalten sind. Die Kanzlerin zufrieden. Insofern glaube ich, haben wir etwas Wichtiges getan, aber sind unserer Philosophie keine Leistung ohne Gegenleistung auch treu geblieben. Im Prinzip ja, aber die Kanzlerin hat hier Positionen geräumt, die noch vor kurzem in Berlin als äußerst wichtig bezeichnet wurden. Unter dem Strich bleibt, dass der Zugang zum Geld des ESM deutlich leichter geworden ist. Das muss nicht dazu führen, dass der Reformeifer in den Krisenstaaten nachlässt und dass die Hilfsmöglichkeiten des ESM schneller ausgeschöpft werden. Aber es ist wahrscheinlicher geworden. Bundeskanzlerin Merkel hat nach ihrer Rückkehr aus Brüssel erneut eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Die Kanzlerin warb eindringlich für den Europäischen Fiskalpakt und den dauerhaften Rettungsschirm ESM. Mit einem Ja liefere das Parlament ein Signal der Geschlossenheit nach innen und nach außen. Die Kanzlerin verteidigte auch die Beschlüsse des EU-Gipfels. Kritiker hatten deshalb zwischenzeitlich versucht, die Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat am Abend zu verschieben. Ein Antrag der Linken dazu wurde aber abgelehnt. Jetzt kommt es darauf an. Als Angela Merkel um 17.29 Uhr den Plenarsaal betritt, weiß sie, dass sie die Abgeordneten überzeugen muss. Auch die in den eigenen Reihen. Denn die Kanzlerin hat in Brüssel nachgegeben und Kompromisse gemacht, die gestern noch undenkbar waren. Deswegen wirbt sie heute eindringlich um Zustimmung zu ESM und Fiskalpakt. Und sie macht klar, dass die gestrigen Brüsseler Beschlüsse darin noch nicht enthalten sind, sondern, dass dafür demnächst neue Abstimmungen erforderlich seien. Was wir heute beschließen, ist ein wichtiger Schritt, um der Welt deutlich zu machen, wir stehen zum Euro, wir wollen ihn als unsere stabile Währung. Wir glauben, dass wir mit ihm besser wirtschaften können, besser im Wohlstand leben können. Und deshalb werbe ich um ihre aller Zustimmung. Die Opposition lobt die Kanzlerin zunächst ungewöhnlicherweise und unterstützt ESM und Fiskalpakt. Dafür hatte sie Merkel ein Wachstumspaket und die Börsensteuer abgehandelt. Dennoch sieht sie Merkels Europapolitik insgesamt kritisch, zu zögerlich, zu spät. Steigende Schulden, steigende Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugendlichen und auch erste negative Auswirkungen in der deutschen Volkswirtschaft, das ist die Bilanz ihrer letzten drei Jahre Europapolitik. Auch die Grünen kritisieren Merkels Europastrategie. So war das mit ihrem Satz, solange sie leben, gäbe es je nach Interpretation keine gemeinsame Haftung oder keine gemeinsamen Anleihen. Das ist falsch und verantwortungslos. Die FDP hatte sich lange vor allem gegen die Einführung einer Börsensteuer gewährt. Heute verteidigt er Fraktionschef, trotz erheblicher Bedenken in den eigenen Reihen, die Beschlüsse. Von Deutschland muss ein Signal der Handlungsfähigkeit ausgehen. Es erwarten unsere Freunde und Partner in Europa. Es erwarten unsere Partner in der Welt. Die Linke ist komplett gegen die Gesetze. Sie hatte zu Beginn sogar die Absetzung der Abstimmung verlangt. Wenn Sie die öffentliche Schuldenexplosion eindämmen wollen, dann müssten Sie endlich aufhören, weitere Milliarden auf Pump in den Finanzsektor zu schleusen. Aber das haben Sie ja überhaupt nicht vor. Zuvor hatten die jüngsten Brüsseler Beschlüsse in Berlin für Turbulenzen gesorgt. Am Mittag kam der Haushaltsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Mehrere Abgeordnete auch der Koalition verlangten eine Verschiebung der heutigen Abstimmung, weil Merkel in Brüssel eingeknickt sei. Draußen demonstrierte die Linkspartei. Ihre Klage in Karlsruhe gegen den Fiskalpakt wird sie am Montag einreichen. Die Debatte geht also weiter. Zur Debatte im Bundestag vor der Abstimmung. Jetzt live aus dem Parlament in Berlin. Ulrich Deppendorf. Ja, und die Debatte läuft noch. Erst dann am späten Abend geht es dann in den Bundesrat. Selten war ein Tag im Bundestag so hektisch und so von zunächst großer Unsicherheit über die von der Bundeskanzlerin in Brüssel gemachten Zugeständnisse geprägt wie heute. Nur mit großer Mühe und einer eindringlichen Rede konnte Angela Merkel ihre Regierungsfraktionen auf Kurs halten. Am Ende wird es heute mit den Stimmen der SPD und der Grünen wohl doch eine Zweidrittelmehrheit für die Verabschiedung des Fiskalpaktes und des ESM-Rettungsschirms geben. Für die SPD und die Grünen ist der ebenfalls beschlossene Wachstumspakt und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer zu wichtig, um der Bundesregierung eine Niederlage zuzufügen. Doch die Abgeordneten stimmen im Fall des ESM über eine Gesetzesvorlage ab, die nach den Beschlüssen von Brüssel schon wieder überholt ist. Das bedrückt viele und andere Abgeordnete der schwarz-gelben Koalition fürchten, dass am Ende doch eine Vergemeinschaftung der Schulden steht. Schon jetzt ist klar, in ein paar Monaten wird erneut über den gestern in Brüssel neu verhandelten ESM-Vertrag im Bundestag abgestimmt werden. Und damit zurück zu Susanne Daugner. Analysen und Einschätzungen zu den EU-Gipfelbeschlüssen finden Sie auch unter tagesschau.de, darunter ein Interview zu der Frage, ob die Hilfszusagen ein Freibrief für Banken sind. Die West-LB war einst die mächtigste Landesbank Deutschlands. Dann begab sich das Geldhaus mit Fehlspekulationen auf dünnes Eis und häufte beim Handel mit Hochrisikopapieren hohe Schulden an. Schon 2008 stand die West-LB vor dem Aus. Nur Milliardenhilfen und die Gründung der ersten deutschen Bad Bank konnten das Institut vorübergehend retten. Jetzt wird die West-LB auf Druck der EU endgültig zerschlagen. Fast hilflos wirkt diese Geste gegen die Zukunft sorgen. Die Mitarbeiter lassen Wünsche für die Zeit nach der West-LB steigen. Das Logo ist schon weg. Die Bank wird am Wochenende endgültig zerschlagen. Ab Montag gibt es dann das Nachfolgeunternehmen Portigon. Experten sehen den Grund fürs Scheitern in den Verlusten der Finanzkrise, aber auch in der Nähe zur Politik. Landesbanken sind so groß geworden, nicht weil sie so gut waren, sondern weil sie über Jahrzehnte von einer staatlichen Garantie profitieren konnten, damit Wettbewerbsvorteile hatten. Aber diese Landesbanken wurden eben nicht nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt, sondern nach politischen Gesichtspunkten. Die Fehlspekulationen der Bank und ihre Abwicklung sollen nach Schätzungen bis 2027 insgesamt 18 Milliarden Euro kosten. Davon tragen das Land NRW und der Bund 12 Milliarden, die Sparkassen 6 Milliarden Euro. Zerschlagen wird die West-LB in drei Teile. Das Sparkassengeschäft geht an die Landesbank Hessen-Thüringen, die Schrottpapiere in die Bad Bank, der Rest ist die Portigon AG, die nur noch Banken beraten soll. Es hat in den letzten Jahrzehnten niemand eine der größten Banken in Deutschland mal eben vom Markt genommen. Da steckt eine Menge an Mut hinter, an Engagement der Beteiligten. Wie sich die Geschäfte nach der offiziellen Enthüllung der Portigon AG am Montag entwickeln werden, ist noch unklar. Fest steht auf jeden Fall, dass in vier Jahren rund 2000 Mitarbeiter weniger hier arbeiten sollen. Über die lange Nacht in Bundestag und Bundesrat, wo heute über Fiskalpakt und Euro-Rettungsschirm abgestimmt wird, halten Sie die Tagesthemen auf dem Laufenden. Ingo Zamperoni meldet sich zunächst um 21.45 Uhr mit einer Extra-Ausgabe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017